hey an alle survivalist draußen und willkommen zurück zu amnesia a machine for pegs so das geht nicht auf was konnte man jetzt hier aufnehmen hä? hier wurden aber auch was angezeigt was ist das ein bug? egal, darf ein bug sein ein bisschen herunter so, ein eintrag, die zentrifuge, die scheint eine art bizarres mischgerät für chemische verbindungen zu sein und es stinkt definitiv nach dem ekelhaften flüssigkeiten die ich schon so oft gesehen habe es handelt sich eindeutig um eine verbindung einen flüchtigen bastard 2 einhaltsstoffe ich würde darauf wenden dass ich sie irgendwo in der nähe finden kann na dann let's go was haben wir da? niedrigthermaratur an niedthermaraturlagerung käwige und nisch und hier haben wir irgendwie so drei teile und hier haben wir zwei teile und zwei wo Schalter reingehen können ähm, gehen wir erstmal hier hin wo ist hier so abgeht wo ist hier so abgeht wo ist hier so abgeht allja holy shittenberg komm mal zusammen allja dieses drecks wie von eben man 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 ich blute aufs jedem loch und liege in meiner kotze komm mal da jetzt was gemacht ach da ist was ok kann man das wahrscheinlich da rein machen kann man dann dort hinschicken naaa ne wird auf wo ist hier sind wir doch eben gar nicht lang elaufen oder? oder? da hier sind wir nicht lang gelaufen kann nicht sein ah ooooooh Oh, mein Bein. Ich bin selber gerannt. Also, mit den Beinen irgendwie so rumgewedelt. Boah, Alter. Ich hätte gedacht, es kommt von vorne. Nein, dann kommt es natürlich von hinten. Oh, was haben wir jetzt für einen Teil? OMD. Ach egal, haben wir einfach irgendwo rein. Okay. So, haben wir hier was? Ne. Ich höre schon wieder so ein Schwein krächzen. Oh, oh, oh. Da schon wieder so eine tolle Tür. Ist da Schweinevater oder was? Komm, ich will wieder rein. Ne. Tür hat zu. Hey, haben wir wieder ein Teddy. Yay. Teddy. Bye. Okay, was haben wir da feines? Wie das so was lang ist, was ich überhaupt nicht lesen will? Wird schon gehen, so. Können wir hier irgendwas aufheben? Ja, da konnte ich was aufheben. Irgendwo war da jetzt meine Hand. Wow. Sei mal ruhig. Hä? Ich kann doch hier eben gerade irgendwas aufheben. Hm. Na dann doch nicht. Oh oh. Ist das nicht gut? Nein. Was? Was? Du denkst, ich spreche Prussian? Ich sehe mich wie ein inbreder Hork, Sir. Wer schützt auf was es enthält? Säge es aufhörig und mich selbst. Oh! Wann nicht los. Wie ist das jetzt? Okay, jetzt ist das hier auf. Ich glaube, ich lasse die Tür hier mal lieber auf. Oh, komisches Geräusch. Hallo? Sieht es mich schon? Ah, Mann! Mama! Scheiße! Das ist das Schlimmste. Wenn die Tür nicht aufgeht und so ein räuliges Vieh ist hinter dir. Holy fucking shit, Alter. Diese scheiß Puffer, Mann. Wenn es einfach nur... ... was weiß ich... ... eine Lotion... ... die man sich einfach selber davor spielt oder so... ... was ist das... 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 ... Clockwheels... ... kann ich aber nicht aufheben. ... ... ich will irgendwas aufheben. ... nö. ... ... gut, also dieser Aufzug geht nicht, ja. ... ... dann muss ich... ... dann muss ich da hier hoch. ... 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 Dann müssen wir da hin! Dann müssen wir da hin! Dann müssen wir da hin! Oh oh! Hä? So wieder hier? Ich muss doch da erstmal... Oh ne, kann ich jetzt wieder zurück oder was? Es sind sowieso drei Teile, also eins müsste auch hier vielleicht noch irgendwo liegen. Wenn ich mich nicht fache, was kann ich da wieder aufheben? Toll, ich kann nicht einfach nur aufmachen. Da ist aber nichts drin. Toll! Was bringt mir das denn nicht an? Wo läuft's denn da hin? Ich hab' gesagt, die Lärme bringt irgendwas. Ach, wo sollen wir denn jetzt hin? Hm. Hier haben wir noch einen Knopf. Kann man aber nicht drücken. Wir brauchen eins, oder? Eins ist da. Ah, sind schon zwei da. Gute brauchen wir nur noch das hier. Das müsste dann hier irgendwo sein, theoretisch. What? Kommt das Fisch jetzt hier, oder was? Was ist denn da eigentlich? Okay. Hm. Geht's hier jetzt wieder rein? Ne. Oh. Oh. Oh, weiß. Ich lauf einfach. Oh. Ist nirgendwo. Sich verarschen. Alter, das ist... Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ein... ...ein Schweinegräu ich mich so erschrecken kann. Oder dass ich davor so Angst hab. Oh. Oh. Fuck, Mann. Nein. 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 Geht's mir den Tunis auf. Oh. Holy shit, Alter. Oh. Ich lasse mal lieber auf, bis das wieder hier so viel kommt. Oh, das Geräusch man, das finde ich überhaupt nicht geil, boah, was ist das, oh, ich hätte gedacht, da hockt irgendwas so von hier, sah so aus, als ob da irgendwas hockt, boah, so, hier muss ja irgendwo, man kann ja hier, wo war das Teil jetzt, konnte ich da eben was rein machen, war das oben, na wenn es, ich glaube es war oben, muss ja irgendwo das Teil hier liegen, dafür, oder nicht. So, eigentlich schon, außer das Schwein, was ich da eben so erschreckt hat, kam jetzt aus der Tür raus, die da eben noch, super, das ist die ja jetzt offen, dazu müssten wir zurücklaufen, aber erstmal, gucken wir nochmal hier oben, da ist das Ding zum, ah, ich ausgelaufen, naja, ouch, was sind das eigentlich für Teiler, steht nur drauf, B, I, V, hm, so, snö, bis zum Glück hab ich doch eins mitgekauft, yeah, so, was geht das an hier, das geht zu, Okay. Äh, oder? 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 Jetzt so. Was haben wir jetzt gemacht? Hm. Wurde mal oben. Ey. Set den jetzt auf? Nee. Toll und jetzt? Was haben wir da gemacht? Irgendwas haben wir da gemischt. Zwei, zwei Schiemen, äh... Zwei, was weiß ich, irgendwie... Zwei, äh, Stoffe. Na, geht nicht. Oder muss ich hier hin? Nö. Ich will das kaputt machen da oben. Hm. Hä, was soll ich jetzt machen? Oh mein Gott. Seh ich einfach wieder nicht, äh, was ich machen soll, oder wie? Hä? Äh... Hä? Hä? Äh... 셰 ich hier. Hä, was soll ich machen? Mann! Was ist denn das? Ach, da ist ja noch was. Hab doch alles voll gemacht. Ach, da ist ja was. Letze. Nö. Mal lesen, was hier ist. Ein folgendes Gebräu. Ich habe die Verbindung. Ach so, ist immer. Oh, tut mir, dass es nicht fallen. Gefallen. Ähm, ich denke mal, dann kann ich oben das Schloss mit aufmachen. Wow. Und jetzt brauche ich bestimmt die Lambebretten. Wenn ich den draufziehen könnte. Ich wusste, dass man die Lambe für irgendwas braucht. Ich komme hier, Daddy. Faster, faster. Ich komme ja schon. Au. Kann ich da einfach so runter? Na egal, muss ich ja sowieso. Muss ich ja sowieso, ne? Oh. Nicht schon wieder diese Ladebildschirme, wo ich ja wieder cutten muss, damit es synchron ist. Nicht so laut hier. Und nicht rumkreuchen vor allem. Oh oh. Hier möchte ich nicht so gern sein. Das sieht schon ein bisschen scary aus hier unten. Oh. Oh. Okay. Auch schon ein bisschen krank hier. Ja. Ja, 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 ja. ja mein mysteriöse freund hatte recht die tunnel stehen tatsächlich unter wasser um meinen abstieg fortsetzen zu können muss ich die hiesigen schleusenpumpen finden und den wasserstand senken der gestein ist schier unerträglich und lässt mich wirken ja aber warum sollte der saboteur die tunnel fluten was was er sich wohl davon verbrochen hat ja das wissen wir alle nicht das ist ein bisschen für kardien an der wand ich weiß nicht mehr rum ne auch ne bitte nicht wieder dieses mal ne auch komm nicht dieses wasser monster auch ne auch ne das habe ich in dem nischen einzug gehasst dieses wasser monster da könnte ich einfach nur kotzen von dem viech da ja ne man das ist wie ich kein pack ich null pack ja 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 ne also es ist auch nicht lang jetzt machen wir mal hier das ist jetzt spawnen ja das ist ja ja das ist ja Oh mein Herr Fitts Fuck man, komm das Viech Alter, Alter Wien, Alter Ich wollte doch grad die Episode werden und jetzt kommt noch so ein Viech oder was Fuck man Stealth Mode Oh nein, nicht rechts und links Oh mein Gott Ich hör das Viech Was ist denn das? Kann's ja nur hier hinten sein Auch nicht, aber gut Oh, das rennt ja auch noch Na gut Leute, ich denk mal, ich beend's hier erstmal für diese Episode Das ist dann doch nicht mal passiert am Ende Nicht so wirklich Ähm, ja, sollst es für diese Episode hier gewesen sein und Man sieht sich wie immer Im nächsten Video Ja 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 Ja